Peace Leute. Kleine Trainingsidee. Und zwar folgendes. Ganz kurz heute. Wir gehen aus dem Schlinger in die Backfist. Ein ganz kleiner Drillvorschlag, okay? Wenn er so aussehen. Wir stehen hier in den Schlinger Backfist. Das gleiche mit links, ja? Schlinger Backfist. Schlinger Backfist. Könnt ihr auch wunderbar mit der offenen Hand tümen. Okay? Peace, pain and sweat. Bis bald.